Just let me go, a fan under your spell I love you so, it's just hard to do that I lost my way and there's no coming back And I'm all done, the love's all gone Die Heidner braucht viel aus Hier irgendwie nicht Schwimmt Sieht die Fische wie schwerbehindert oder so? Ich glaube schon Ich glaube, die haben eine sehr schwere Krankheit Wo bin ich überhaupt und warum sind da Hexen? Und was haben die getroppt? Gar nichts, wie so aussieht Ich denke, zwei Bogen habe ich bekommen Aber nicht von den Hexen Ansonsten nichts Interessantes Den Drang hat man ja vorher schon Da liegt wieder unerklärlicherweise Fisch Kann man ja erklären, wo ich bin? Tja Ich habe mich leider total verlaufen Jetzt müssen wir erstmal Wasser saufen Und dabei essen wir einen Haufen Schweinefleisch Oder Rinderfleisch Vielleicht noch Lammfleisch Dafür muss der Zombie leiden Dass diese Schafe werden Äh, aua Wisst ihr, warum euch keiner leiden kann? Weil genau das macht Darum kann euch keiner leiden Level 15 Klingt schon mal ganz okay Aber ich habe keine Ahnung, wo ich bin Das ist ziemlich geil Also ungeil meine ich eigentlich Ähm Ich wollte doch nur gucken, ob die Mod funktioniert Und ja, es heißt die Mod, weil es ist ja die Modifikation Und nicht der Mod Der Mod ist der Typ, der Die vielleicht leidet Ich habe das letztes gelesen Ich habe immer gelesen, warum das Die Mod heißt Und nicht der Mod Ja, ganz einfach Mod ist ja nur eine Abkürzung Das sagt man ja nur, weil heutzutage jeder zu faul ist Zum Sprechen und Schreiben Mod ist ja die Abkürzung für Modifikation Oder für Moderator Dann gibt es einfach der Mod Das ist der Moderator Oder der Oder die Mod Die Modifikation Das sind zwei vollkommen verschiedene Dinge Meine lieben Kinder Habt ihr euch was fürs Leben gelangen? Wahrscheinlich das erste Mal in diesem Let's Play überhaupt Gut, dass es das 900 Folgen geht Da habe ich auch noch Zeit, euch wieder was beizubringen Guck mal, ich kann ja auch ganz einfach Das da machen Hä? Okay Okay Stirb Stirb Was war das? Was war das? Was zur Hölle war das für ein Geräusch gerade? Erklär, Moment Nein, ich will das Ah, ich will die Kombo Dings wieder Ja, wieso verwirrt sich die Gegenwände geschlagen, Bruder Das hilft dir nicht Slalom Ausgetrickst Sieht das hier keiner, wie ich Mädchen schlage Das darf ja keiner sehen Stirb Der wusste sich Oder die wusste sich zu benehmen Je nachdem Baby Zombies Keiner mag Baby Zombies Nervig Kaum zu treffen Und Slime Au Hallo Hallo sehr schön ich kann jetzt sein bälle farmen und komischerweise auch fische ungewollt aber ich kann fische fahren die geistig verwirrt irgendwie so was tu ich jetzt stopp scharf auf damit sagt ja auch damit ich hab dich gewarnt ihr hört nicht gerne der ist es rückt den gar nicht können wir irgendeiner verklickern wo ich bin ich weiß dass da die irgendwo eine schneebi umgabe aber irgendwo ist gut ich kann ich kann am arsch da welt sein da wäre es zumindest warm also wenn man jetzt hier hühnereier ok wo bin ach so die kuh was war das denn kann man erklären ich das überlebt habe ich habe schon federfall in den schuhen rinne lol ja lol ruhe da Ruhe. Aua, hast du doch weh. Ich hab kein Licht dabei. Na gut. Dann fahren wir mal ganz kurz, würde ich sagen. Schneller. Schneller. Geh doch. Aua. Level 18, das geht aber auch schneller, oder? Okay, da brauchst du sinnlose Dinge hier rein. Oh. Doch bitte nicht, wenn ich beschäftigt bin. Das ist gemein. Bam. 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 Jetzt soll ich das nochmal machen. Der hat eine Kostoffel fallen gelassen. Aua. Aua. Wie viele noch? Jetzt geht's wo los, oder was? Seid aufgewacht. Ich nehm mal hier den Maustone noch mit. Der Maustone ist sehr selten. Der Maustone ist sehr selten. Maustone ist selten. Selten, selten. Ich wüsste nicht, dass ich das hier mal... Aua. Wenn ihr mich immer so überraschend angreift, dann kannst du das aus den Spawn abbauen. Das wäre nicht so toll. Bitte Feuer ankündigen. Und Eisenblatt anscheinend auch ne ganze Ecke. Das finde ich auch nicht schlecht. Ach, du Kacke. Das war jetzt nicht wenig. Ach ja. Das ist alles so spannend. Sogar mit Rüstung wird ja immer schwerer hier. Okay, was denken, ihr gebt euch Mühe. Ähm. So. Hier hab ich alles. Aber hier fehlt noch das Eisen. Da liegt ne Rüstung. Ich war nicht drauf vorbereitet. Das war gemein. Hat der ja ein Schwert dabei gehabt? Ähm. Ah, ein kleiner wieder. Also macht es keinen Spaß. Ähm. Ach lol. Jetzt hat er bloß. Der hat einfach einen Skill raub fallen lassen. Die muss man also gar nicht finden. Die mussten sich hier kämpfen. Ja, Olga, die Waldfee. Das ist interessant, okay. Die Frage ist, wie komme ich ins Skill-Menü rein? Ich versuche gerade zu lesen, Leute. Ähm. Ich versuche das P. Ähm. Target Foes und Performed Deadly Combos. habe ich gesehen ich verstehe nicht ganz wie mir diese kombination jetzt helfen soll ist auch egal wie geht das mal hier aus ich möchte den spawner kaputt machen wo wir kaputt machen ist ja auch egal das ist auch sinnlos tiefer legen gibt es einen moment rein theoretisch müssten jetzt moment jetzt hier alles zu machen wo alle sagen wir das schreck leute ich kann es nicht machen Ja, super. gehst du runter nimmst ja das mit und gehst wieder raus gut ok dann würde ich sagen wir sind wir nächstes mal wieder meine lieben freunde also ich meine ich deutlich auch gleich zu den schuss was soll heute los er die ganze zeit nur schlechtes wetter die ganze zeit nur schlechtes wetter die frage ist natürlich immer noch wo kommen wir her wo müssen wir hin das ist ein bisschen doof momentan wenn man keine ahnung wo man ist wir machen wir wetter und dann gucken wir jetzt wo die sonne ist die sonne ist da ein theoretisch müsste ich also in die richtung wahrscheinlich setzt sich beim microsoft ein bisschen schwer sagen aber so ungefähr gut dass ich viel davon schulden also ich möchte richtig sein eigentlich ich kann das total falsch sein ich weiß es ich keine ahnung also immer habe ich wieder keukarpfen am land gesehen genau da die stelle kenne ich irgendwo her wenn ich jetzt noch wüsste woher wäre ich ein sehr glücklicher mensch moment ouch das war super ich habe keine ahnung wo ich bin also meine liebe freunde wie ich glaube das war jetzt ein bisschen fail die aufnahme ich glaube beim nächsten mal gehen wir dann mal den weg zurücksuchen und hoffentlich finden auch weil jetzt gerade ist ganz schlecht ich hoffe finden auf jeden fall den weg zurück das war schon dass wir das irgendwie auf das irgendwie regeln können mit den ähm viechern die ich da machen den ganzen waran und was da das ist und bla und schildkröten und was weiß ich nicht so machen wir uns mal ein paar einfach so um sie zu haben weil wer hat wenn wir die botschen drin haben dann kann man ja auch nutzen ähm ja und ansonsten würde ich sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder schreibt mal in die kommentare was ihr dazu sagt dass ich mir wenn der wird dass ich mir der wird schon 3 geholt habe jetzt zusammen mit einer neuen grafikkarte ist übrigens die ähm äh äh mi irgendwas geforce gtx 970 ist das schreibt mal in die kommentare was ihr davon haltet und dann sehen wir uns beim nächsten mal wieder ciao wo bin ich hier ich hab keine ahnung genau aber ach trage jetzt die so leg Vielen Dank.